Hallo! 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 Hallo, hallo, Timmy! Oma, hey dir! Hey! Der Timmy kommt! Hey Oma, Timmy! Komm! Ja, ich mach's! Hallo, Timmy! So, ihr stimmt, oder? Ja, stimmt! Guck mal, kennst du die? Sag mal so, hi! Guck mal, kennst du den? Der ist voll süß, ne? Der ist voll süß, ne? Der ist voll süß, ne? Ja, der war so kardisch an dich. Da wird dich glücklich. In der Kardischuhe gibt's auch ganz schön viele Hunde. Da gibt's auch eine... Äh, ich seh die, äh, Isaiah! Ja? Bei Papukohl auch, was? Hallo! 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 Guck mal, Timmy, wer noch da ist! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Das ist deine Tochter! Guck mal! Meine Mama hat sogar, äh, auch eine Tochter mitgebracht! Guck mal! Guck mal! Timmy, schau mal, was hier steht! Ja! Ja! Für dich steht... das ist deine... Ja! Ich weiß doch, wie mein Name geschrieben wird... Und das hier kennst du das auch hier? Das ist... Das ist... A... B... C... Und das steht... Erste Klasse... Ja, das ist ja auch alles. Er ist vor den Hunden geflüchtet. Timmy, habt ihr Rottie auch mit dabei? Ja, da habe ich gesagt. Wir sehen nicht. Timmy, hast du Angst vor Rottie? Ja, Timmy hat rausgewein. Das war doch klar. Auch vor ihm? Das ist ein Lappi. Weil der weiß, was das Tolle bei Lappis ist. Die riechen, wer zur Familie gehört. Wirklich. Die wissen sofort. Das heißt, wenn jetzt ein böser Hund kommt, der beschützt dich. Ja, zuerst waren er die Schenke. Und danach habe ich sie alle ausgesucht. Jetzt kam er nicht mehr. Und das war da alles drin. Komm mal, Timmy, noch ein Onkel von dir ist da. Geht mal kurz. Sieht ihn ja geil. Nein, nein, nein. Komm mal, Timmy. Komm mal, Timmy. Ja. Ja. Nee, okay. Nichts an, nichts an. Das ist für die Einrichtung. Ja, ist für dich. Ist das für die Einrichtung? Ja. Ja. Ja, aber ich hatte das schon. Ich hatte das auch schon. Das war ja die Zoom-Party. Ja. Das war ja die Zoom-Party. Wir finden es immer so lang. Ja. Ja. Ja.